seitdem ich dieses jahr angefangen habe videos zu machen habe ich es nicht mehr nicht gab es keine so lange zeit wo ich nicht hochgeladen habe ich glaube ich habe jetzt über eine woche nicht hochgeladen und heute geht es nach italien deswegen ist es doppelt cool ich bin nicht ganz so happy was ich mit meinen haaren gemacht habe ich muss sagen ich finde den poni zu kurz ich hätte lieber gern so richtig curtain bangs und habe heute mal wieder versucht so ein bisschen meine haare zu machen wie ich sie gemacht habe wenn ich locken getragen habe und we will sie bis jetzt auch also ein semi gutes ergebnis so 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.